Ich möchte mal die Regierung loben, muss man auch mal tun, ist ja viel Schönes passiert im letzten Jahr, die Ampelkoalition, super Koalition, 9 Euro Ticket, 9 Euro Ticket war super, oder muss man sagen, für 9 Euro im Hochsommer im Regionalexpress durch Deutschland fahren und den Achselschweiß des Stehnachbarn an der eigenen Nase abtrapfen lassen. Jetzt kommt das 49 Euro Ticket, das finde ich super, ist ein bisschen teurer, ist eine Konzession an die FDP, bei der FDP hat man gesagt, 9 Euro, das ist Gratis-Mentalität, für uns Porsche-Fahrer ist der kleinste Schein, den wir kennen, der 50-Euro-Schein, dann noch 1 Euro runter für die Armen, schon haben wir es. Dann natürlich auch sehr, sehr gut agiert, hat bis zuletzt Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, muss man sagen, er hat ein Infektionsschutzgesetz für den Winter vorgelegt, das sie sehen lassen kann. Alle Befugnisse gingen an die Länder, er selber hat gesagt, die Länder müssen also das selber machen. Also die Länder sollen das also entscheiden, also wir wollen, wir wollen also das Virus verwirren, indem, bitte lassen Sie mich ausreden, nein, lassen Sie mich das also einmal sagen, also wir wollen das Virus verwirren, indem es beispielsweise beim Übertritt von der Niedersächsischen zur Nordrhein-Westfälischen Zone nicht mehr weiß, welche Regeln gelten und dann lieber freiwillig nach Hause fährt und Netflix guckt. Und dann haben wir als drittes Gesetz das Einwanderungsgesetz und das ist wirklich super. Wir brauchen bis 2030, sagen Statistiker, sechs Millionen neue Arbeitskräfte, also Menschen, die die Jobs machen, für die wir hier niemanden haben oder die niemand machen will. Ein sehr schlaues Gesetz, nur die Union versucht jeden, der hier einwandern möchte, daran zu hindern, mit dem Gesicht von Friedrich Merz und das klappt auch sehr erfolgreich. Friedrich Merz hat den sensationellen Satz gesagt zum Thema Einwanderung, die, die wollen, brauchen wir nicht und die, die wir brauchen, wollen nicht kommen. Das interessiert mich, denn es erinnert mich fatal an das Führungsproblem der CDU. Jetzt muss man sehen, nur ein Prozent der Weltbevölkerung spricht Deutsch, das ist ein Standortnachteil für uns und nur ein Prozent aller Deutschen spricht Englisch. Also, wenn man die absieht, sie sagen, hello, very welcome, this is very nice that you are here. Zudem sind wir nicht das freundlichste Volk der Welt, das wissen wir auch, wir sind eher stänkerig drauf. Die drei Top-Sätze in Deutschland sind, das haben wir noch nie so gemacht, woher soll ich das wissen? Und, bester Satz, Moment mal, dafür bin ich nicht zuständig. Ich weiß nicht genau, da muss man sich halt bemühen. Und jetzt ist es so, nur vier Prozent aller deutschen Firmen inserieren auf Englisch und stellen auf Englisch ein. Die Hälfte davon sind genau 350 Unternehmen, die natürlich überladen werden mit Bewerbungen aus dem Ausland. Der Rest geht leer aus. Kein Wunder also, dass es in Sachen Digitalisierung hierzulande nicht vorangeht, wenn von den ganzen Einsen und Nullen, die wir dafür brauchen, immer nur die Nullen bleiben. Da haben wir ein Problem. Jetzt muss man dazu sehen, man muss beim Thema Einwanderung differenzieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Fachkräften, zwischen Migranten und denen, die schneller eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Da muss man für Friedrich Merz immer wieder erklären, wo die Unterschiede sind. Und ich versuche das jetzt mal und bitte entschuldigt, wenn das Niveau jetzt sinkt. Ich tue das so, weil ich mir vorstelle, dass Friedrich Merz jetzt im Publikum sitzt. Ja? Also, was sind Fachkräfte? Fachkräfte sind Menschen, die wir in Deutschland brauchen, weil sie eine Ausbildung haben, die wir hier in Deutschland nicht haben oder die hier keiner machen will, was auch immer. Da sagt Merz, Moment, wir brauchen keine Fachkräfte. Damit fühlen sich auch Clankriminelle angesprochen. Ja, Clankriminelle mögen Fachkräfte sein, werden aber nicht als solche gehandelt. Wichtiger Unterschied. Dann, zweites, Migranten. Das sind Menschen, die kommen zu uns aus Not, aus Kriegsgebieten, weil sie Elend erlebt haben, weil sie keine andere Chance sehen. Die kommen vorübergehend zu uns oder auch, weil sie länger bleiben wollen. Da sagt Friedrich Merz, das sind Menschen, die sprechen kein Deutsch, sie spucken, beißen und treten. Das sind die 750.000 Kinder, die jedes Jahr in Deutschland geboren werden. Und dann gibt es die, die schon da sind, aber länger schon hier sind, als sie eine deutsche Staatsbürgerschaft haben und die schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Da sagt Friedrich Merz, Moment, das sind Leute, die sprechen schlecht Deutsch, sind hauptsächlich kriminell und sind im ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Und ich sage, nein, das sind CSU-Politiker. Danke. Danke.